Wie fühlst du das Rennen? Was ist ein tolles Rennen für dich? Was ist ein tolles Rennen für dich? Du bist unglücklich, aber du hast nicht wirklich gewonnen. Für mich ist es unglaublich. Ich muss sagen, ich habe es auch viel gefühlt, aber ich bin auch extrem glücklich, dass es vorbei ist. Wie fühlst du das Rennen? Wie fühlst du das Rennen? Ich habe es wirklich schwer gemacht, aber ich habe es wirklich schwer gemacht, um es in der Front-Gruppe zu erreichen. Das hat es endlich funktioniert. Von daher war es einfach nur eine Führung auf der Schlussfolgerung. Ich versuchte, die Rennen so viel wie möglich. Ich habe immer noch zwei Rennen gebrochen, aber ich glaube, es ist nicht möglich, dass es nicht in dieser Roubaix geht. Ich bin einfach glücklich, wie es ging. Ich glaube, es war ein verrückter Jahr für mich. Ich habe Dinge gemacht, die ich nicht wusste, und es macht mich sehr stolz, um die Saison zu Ende zu erreichen. Ich freue mich auf alles, die zu kommen. Wie ist es für den Rennen? Ich glaube, dass ich ein Top-Result zu machen bin. Ich bin heute sehr nah am Top-10. Ich hoffe, es ist nächstes Jahr für den Rennen. Danke.